Gleit 4, Einfahrt ICE 55909 nach Nordenabendag mit den Abschnitten B bis E, Abfahrt 10 Uhr 1. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleit 12, Einfahrt ICE 650 am Kruppel-Hausbahnhof über Köln-Hausbahnhof in den Abschnitten B bis E, Abfahrt ursprünglich 12 Uhr 44. Heute 1. Klasse in Abschnitt B, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleit 12, Einfahrt ICE 4590, Einfahrt ICE 50 nach Berlin-Lichtrad über Berlin-Schwandsau in den Abschnitten B bis F, Abfahrt 15 Uhr 4. Information zu ICD 507.50 Uhr nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Aufbahnhof, Abfahrt 13.22 Uhr, heute ca. 20 Minuten später. Grund dafür sind Bauarbeiten. Information zu ICD 692 nach Hamburg-Hauptbahnhof, Abfahrt 13.35 Uhr, heute ca. 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. 7, Einfahrt ICD 692 nach Hamburg-Hauptbahnhof, Abfahrt ursprünglich 13.35 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICD 692 nach Hamburg-Hauptbahnhof, Abfahrt 13.35 Uhr, heute von Gleis 7, direkt gegenüber. Ich wiederhole ICD 692 nach Hamburg-Hauptbahnhof, Abfahrt 13.35 Uhr, heute von Gleis 7, direkt gegenüber. Gleis 8, Einfahrt ICD 680 nach Hamburg-Hauptbahnhof, über Hamburg-Hauptbahnhof, Abfahrt ursprünglich 13.36 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt.